In wenigen Tagen tritt Roland Kaiser in Köln auf. Auf wenn das Wetter nicht mitspielt, hat der Veranstalter bereits einen Notfallplan für das Open-Air-Konzert im Petto. Roland Kaiser-Konzert in Hannover musste wegen Unwetter später starten. Die Festival- und Open-Air-Saison ist bereits seit einigen Wochen im vollen Gange, doch eines will nicht so richtig mitspielen, das Wetter. Schon bei der Europameisterschaft gab es regelrechte Wasserschlachten in den Stadien in Deutschland. Und auch einige Open-Air-Konzerte fielen dem unbeständigen Sommerwetter bereits zum Opfer. Auch Roland Kaiser, 72, hat das Wetter bereits kurzzeitig die Stimmung vermiest. Kürzlich trat er nämlich mit seiner Jubiläumstourne in Hannover auf. Weil ein Unwetter aufzog, waren tausende von ZuschauerInnen dazu gezwungen, für eine Dreiviertelstunde den Innenraum des Stadions zu verlassen. Aufgrund dessen konnte das Konzert erst mit einer 30-minütigen Verspätung starten. Roland Kaiser, wie sieht Sicherheitskonzept für Köln aus? Am Samstag, den 13. Juli 2024 wird Roland Kaiser dem Kölner Rhein-Energie-Stadion einen Besuch abstatten. Tausende von Fans haben bereits ihre Tickets gekauft und freuen sich auf einen unvergesslichen Konzertabend. Doch was passiert, wenn auch in Köln das Wetter verrückt spielt? Hat bei dem Veranstalter Semmelkonzerts nachgefragt, wie das Sicherheitskonzept in der Domstadt aussieht. Wie bei allen Großveranstaltungen und Open-Air-Konzerten gibt es vor Ort ein zugehöriges Experten-Team, die einen direkten Kontakt zum zugehörigen Wetterdienst haben. Entsprechend kann unproblematisch für jede Show über dieses Team besprochen werden, ob eine mögliche Verspätung durch die aktuelle Wetterlage an die Besucher ausgegeben werden muss oder weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wenn es erneut eine Unwetterwarnung geben würde, dann müsste wie beim Konzert in Hannover vorgegangen und der Innenraum des Stadions geleert werden. Aufhalten können sich die Fans in jener Zeit in einem überdachten Bereich. Sobald der Himmel wieder aufklart, dürften die Zuschauer innen wieder zurück zu ihren Plätzen. Für einen Notfallplan ist also bereits gesorgt in Köln. Wir drücken dennoch den Fans die Daumen, dass sie trocken das Konzert von Roland Kaiser genießen können.